Perfekt! Nein! Wow! Easy, Junge, Alter! Hahaha! Ich sag ja deine Eingeliefen! So und damit, hallo und herzlich willkommen wieder zu ganz normalen GTA Online Custom Maps. Mit damit ist wieder der Klein. Und ihr seht, ich habe eine andere Crewfarbe. Ja, das liegt daran, weil ich eben mal schnell die Crew gewechselt habe, sozusagen, ich sag mal jetzt, äh, was heißt Crew gewechselt an sich? Man kann ja fünf Crews haben. Und ich habe meine Crew und vier von den Losers und von Kev und so. Und ich habe jetzt gerade mal kurz zu den Losers gewechselt gehabt, denn, ja, da waren Streamparteien und da habe ich ein bisschen mitgespielt. Ja, geh, geh! Was denn? Hast du dir weggedreht? Oh, armer Klein. Und, ja, also ich sag mal so, das wird jetzt vielleicht eine schwere Map, vielleicht auch eine einfache Map. Mal gucken. Also, ich sag mal so, es sieht auf jeden Fall krass aus. Wie jede Map. Ich habe gerade die größten Rückleihe überwäscht. Perfekt! So, tschüss Klein! Hahaha! Das ist sogar echt getroffen, ey, mega geil! Hahaha! Alter, wie schieße ich nochmal? Oder wie schieße ich die? Mit Hupen! Perfekt sooo! Alter! Holy! Nein! Der erste First Try war das nicht. Guckt euch diese Scheiße mal an, Mann! Gönnt euch diese Scheiße, ey! Guts! Weg damit! Und wir fahren den nochmal an! Jetzt aber besser! Und Flip mitnehmen! What the fuck?! Ist das für ein Flip, Mann! Wie geil ist der Flip, Mann! Der Flip ist mega cool! Klein, ich glaube, du hast gleich deine Probleme mit. Boots, weg mit dir! Ach, f*** dich doch! Nein, ich habe die Auffahrt nicht richtig genommen! Hahaha! Das ist mal ein schöner Moment wieder! Hi! Nein! Ich habe schon wieder Auffahrt nicht richtig genommen! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich das mache! Also höre ich mal schön auf mit Rollen! Würde ich mal sagen! Ja, geh, geh! Ja, geh, geh! Hahaha! Ach, Klein, was machst du denn? Ich wollte eigentlich eh drücken! Jetzt habe ich aber D, äh, F gedrückt! Ah, Mann, ey! Dieser Flip ist schwer! Wenn da jetzt mehrere so eine Flips kommen, dann habe ich Problem! Dann habe ich ein Problem! Ach, f*** jetzt so knapp, Mann! Und! Alter, was war das? Huiiii! Juiuiuiui! Juiuiui! Alte Scheiße, ey! Mega cool, das Ding! Okay! Alles klar! Hast du den Flip ordentlich bekommen? Nö! Oh, oh, oh! Das sah gut aus, aber ich bin zu tief! Wieso? Man! Ich habe jetzt schon meine Probleme damit! Ja, ich lasse dich sogar vor! Danke! Du bist sehr nett, weil du Raketen auf mich schießen willst! Tschüss! Ach, f*** ich! Du bist gerade echt von meinen Raketen davon gefahren! Ja, ja! Den Flip habe ich! Alter! Mehrmals zum Flip! Holy Shit! Wie geil! Huiii! Alter, Alter, Alter! Ich hab's, ich hab's! Nein! Nein! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Alter, ist total geil, Alter! Das ist doch mal fresh, ey! Das nenn ich doch mal ein bisschen mehr als ein Flip, sozusagen! Ich sag mal, ein Flip ist eigentlich immer so ganz, ganz flach, so um, eigentlich, sag ich jetzt mal 180 Grad und das ist ja sozusagen um 360 Grad ein Flip, das ist mega cool! Und da zwei, sehr gut! Die ging schnell! Also, ich sag mal, ging schnell, ja! Ähm! Ja, falls er auch so kurz ist! Was denn? Schaffst du das einfach nicht? Ist klar bei dir! Oh nein, Klein, das war natürlich nicht gegen dich gerichtet, weil da wartest du! Ach ja, links lang! Okay! Deine Nummer! Speed aufs Summit! Ich bremst doch mal, Mann, ey! Ah! Speed! Und Boom! Mach der gleich! Ausgetappt! Ist ja gut! Rausgetappt hast du! Ausgetappt wegen gar nichts! Ja, geh, geh! Kannst du mir mal sagen, wie das gehen soll? Ja, Blahn! Ausgetappt wegen gar nichts! Ohne Schuss! Hi, Klein! Wichser, Alter, ey! Alter, hast du Annäherungsminen da platziert? Ja! Wichser, ey! Wollte doch sagen! Das hat doch gepiept hier und dann das ist da hochgegangen, ey! Kleiner Spasti, ey! Aha! Schon... Wie der First Try... Jetzt in der First Try in der zweiten Runde war genau der First Try in der ersten Runde, Alter, wie geil! Also müsste ich das ja gleich eventuell auch schon direkt schaffen! Ach, Klein! Mann, Klein, du Wichser, Alter! Genau davor, ey! Jetzt hängt das schon wieder an! Probier lieber, äh, schaff das erstmal selber, bevor du mich treust, ja! Mit so wenig Speed schaffst du sowieso nicht! Will dich aber drohen! Kleiner Bastard, ey! Und? Ich hab's! Easy! Du bist gerade... Nein! Den zweiten Flip verkackt! Fuck it! Ich wollte so schon sagen, ja, ich hab's, weil... Ich wollte dich so schön veräppeln, weißt du? Schon richtig im Arsch ficken wollte ich dich! Ne, ne, das will ich aber nicht! Doch, doch, ich glaub schon! Hab da mal sowas gehört, weißt du? Ja, von wem? Von... Bereit! Alles klar! Die größte Kröte der Welt! Das ist die größte Kröte der Welt! Auch ein schwerer Begriff! Ist das so, oder? Ist das so, oder? Ne, ich würde dich nicht nur als Kröte bezeichnen, ich würde dich als richtete... Like! Und... Weg mit dir! Tschüss! Fuck! Und... Flip nehmen! Nein! Das war wieder zu steil! Äh, er hat doch zu steil angefahren an sich, ja! Habe ich recht sogar, ey! Alter, was ist das von der Musik, man? Ich weiß nicht, ob ich auch in den, sozusagen, in diesen normalen Folgen hier so leichte... Ich sag mal jetzt, was heißt Schnitte... Einfach so leicht bearbeiten soll, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt so... Like mache oder so, ranzoome! So wie ich jetzt hier gerade, glaub ich, gemacht habe, wenn ich das nicht vergessen habe, oder wenn ich überhaupt irgendwas gemacht habe am Video. Ja, nicht so wie das eine Mal, geht's, Alter? Ja, richtig! Willst du mir jetzt damit wiederkommen? Ja! Dann schaffst du erstmal das Ding hier! Ja! Überhaupt einmal, bitte! Danke! Loser! Ne, ne, ich glaub das, ich glaub das lass mir! Und... Och, Mann, ey! Oh, Klein! Oh, da zieht du das! Ey, das machst du gut? Okay! Nein! Hast du verkackt? Ja! Das war das letzte Ding, glaub ich, was du da hattest! Ne, das war das zweitletzte! Och, Mann! Durch dich durch, oder so! Nein! Aufhört! Verkackt! Was hat sich an mir vorbei noch, geh raus? Oh, hast du ein Glück gehabt, ey! Ich weiß! Und, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin zufrieden mit der Facecam, aber man müsste echt mal irgendwie so Softboxen hier sozusagen installieren! Dann kauft ihr welche! Dann kauft ihr welche! Ne, ich hab momentan echt... Ich hab zwar Geld dafür, aber ich hab, ich will mir nichts kaufen! Ich bin eigentlich mit allem zufrieden! Wenn müsste ich wirklich mal... Irgendwann mal mit Greenscreen und alles und erstmal überhaupt nen neuen Tisch will ich haben! Fuck it! Wieso explodier ich denn da noch? Ich hab's außerdem geschafft, ne, Clay? Ja, ich hab's gemerkt, weil da stand dran überrundet! Hahaha! So! Dann haben wir die Map auch schon abgeschlossen! Ich bin voll gegen den Rand geknappt bei der dritten Auffahrt! Äh, hä! Und... Ja, das war schon eigentlich die Map! Wir sehen uns dann gleich bei der zweiten Map wieder! Bis gleich! Willkommen zur zweiten Map! Äh, ist einfach... Ich sag mal ein Wallride im Wald drinnen! Wird mal interessant! Weil wahrscheinlich die Sicht dadurch ein bisschen behindert wird! Aber... Mal gucken! Oh nein! Ich hab keinen D20-Clean! Wieso krieg ich keinen... Boost? Och, Mann ey! Das haut Clan schon wieder ab, ey! Leute! Okay! Hi! Du lagst ein bisschen? Ja! Hahaha! Nicht nur ein bisschen! Doch, doch! Ich wurde gerade im TS angeschrieben! Cool, ne? Oh Gott! Alter! Ich bin hier richtig stylish rum! What the fuck, Alter! Wie geil war das denn? Oh, dieser... Oh! Der... Cyrus fährt sich null auf... As... Alter! Auf Asphalt fährt er sich nur! Ja, richtig! Der fährt... Ja! Ist klar, warum der jetzt nicht ordentlich fertig ist! Ich bin am Punkt vorbei! Fick dich! Hahaha! Hahaha! Ein Rad verloren, ey! Hahaha! Danke! Ja, geh, geh! Ah, der Maul! Bin immer noch erster! Lappen! Oh, hier fängt das Ding schon an! Cool! Aber... Wir müssen erstmal in eine kleine Runde fahren! Ohohoho! Ist auf jeden Fall interessant, dass es hier anfängt! Ey! Ist mal was besonderes! Und... Auf geht die Fahrt! Alter! WTF! Oh! Alter, NIIIIIN Mann! Ah! Das darf nicht wahr sein, ey! Wieder das Self Radio anmachen und dann... Geht's auf einen neuen Versuch zu... Aaahh! Fuck it, Alter! Das ist... Das ist relativ anspruchsvoll, das Teil! Und mir juckt der... Rücken! Ah! Perfekt! Ich habe jetzt schon was anderes gedacht! Ja, mein Sack, juckt mir meine Eier, ich glaub dir jucken gleich auch deine Eier, ich bin mir nicht so sicher Perfekt, nein, wow, easy Junge, Alter, ich sag halt deine Eier jucken Alter, wie geil, was war das denn für ein Skiller-Move, Mann? Das tut so heftig wie A-Wire Alter, ich hab die Fässer angeschossen und du bist dann respawnt und ich hab dich dadurch in der Luft gejagt Oh, nein, Alter, what the fuck, Alter, ist ja sogar echt relativ schwer Ja, geil Holy, hätte ich gar nicht so gedacht Und, man, schon wieder überdreht, ich explodier Ich kann nicht so schnell respawnen, Mann Verstehst du das nicht? Ich mach mal das Mikrofon ein bisschen weiter runter, weil ich sie sonst wahrscheinlich ein bisschen übersteu Ja, rrrr Tschüss, du Lusche Ich zeig dir ein Stinkefinger hinterher, dass du gerne erst schaffst Hat sie auch behauptet Alter, das versperrt so scheiße die Sicht Oh Gott, ich hab... Nein, 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 ich hatte es fast Fuck it Also ich bin schon mal auf dem Wallride drauf gekommen, sehr gut Ja, ja, ich nehm Da bin ich auch gegen gefahren Du warst auch auf dem Wallride drauf, oder? Nee Nee Nee, okay, das sah eben so aus aus Auf der Karte Auf der Karte Auf der Karte Auf der Karte Ich stehe in Ordnung, Alter, du musst hier den Rechtsradikalen raushauen Das denkst du dir gerade bloß Weiß ich je, dass du das durchschaffst Ach, Clayton Du bist ein Spasti, weißt du das? Ja, hast du mir gerade gesagt Ich hab gesagt, dass du ein Spasti bist Nein Huiuiuiuiui Ich weiß schon, was ich als Präentro nehme, Alter Mein Skillix-Move überhaupt hier, ey Nice Ich bin beim Wallride Und fahr unten gegen schon wieder Mann, fick dich Mann Ich hab's fast, Alter Ich wirbel's durch die Luft Ah Ei, ei, ei Ich hab's schon wieder Jetzt aber Nein, schon wieder falsch, Mann Ich krieg gar nicht die Krise, ey Ey, das wird mal ne Vielleicht, wenn das so weitergeht Längere Folge, weil ich hab zwei Runden eingestellt Die Hilfe There is one shooting One person shooting at me Und ich hab's schon wieder nicht Mann, du dreist einen einfach so runter, ey Das ist krass Ich bin gegen diesen scheiß ersten ersten Ding dagegen, die raus Oben, gegen? Unten Wat unten? Wo unten? Hä? What the fuck unten? Ja, unten Bei dem ersten Container unten Okay Mann, wieso explodier ich denn immer? Lass mich doch einfach respawn, Mann, ey Krieg gleich die Krise, ey Was denn für ne Krise? Die Kuba-Krise Die Hunger-Krise Ey, 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 ey Mann, ich fahr da immer falsch auf Bitte nicht explodieren Und ich sterbe Okay, Gott sei Dank nicht Sehr gut Hi, Klein Oh Gott, ich hab's Sehr gut Gegen Das sieht gut aus Ja, Mann Nein, ich hab das Ding nicht bekommen Ach, Mann Der hat sich nicht gedreht Alter Klein, da musst du ein bisschen Gegenlenken Alter Ja Okay Ich bin in meine Ernährungs-Mini reingefahren Aber ich bin nicht explodiert Aber gerade beim Anfahren bin ich so Was für ne Müssen, hä? Ich versteh dir jetzt nicht, was du hast So, ich hab's Nice Hä, hä Willst du mich Willst du mich ficken? Ich hab's doch Ich hab den Punkt nicht bekommen Warte mal Jawohl Jetzt dreh dich doch, du Kackding, ey Komm schon Danke So Probe ich mir den Punkt zu bekommen Krieg den hier Willst du mich komplett verarschen? Warte Ich krieg den Punkt so nicht Jetzt hole ich mir den anders Ich hab's geschafft, Mann Wenn ich's hinbekomme Hol ich mir den anders Okay, ich glaub, das wird nicht so Ja, Klein hat es Willst du mich verarschen? Hast du den Punkt bekommen? Ja Ach, leck mich doch am Arsch, ey Leck mir die Eier Die krauen mir die Eier Nee, nee Die jucken aber Musst du selber machen Oder deine Freundin fragen Ach, Mann, ey Alter, ich schaff's jetzt nicht Und ich explodiere, okay, doch nicht Jetzt, Alter, das war kein Witz Du hast Probleme Ne, du, bei der Perfekt, ja Ah, ja, ja, ja Punkt hab ich, nice Oh, lol Ich dachte, ich bin in deine Mine reingefahren Aber hier ist die Kante gewesen Ich hab keine Ahnung Ich hab echt null Ahnung, ey Keine Ahnung, was da passiert ist Ja, und davon ziemlich viel Ey, du liegst mal vorne, ist krass Finde ich cool Ich hab sogar Ich hab sogar schon mal ein Rennen gegen dich gewonnen Eins, ja Aber das auch nur mit Glück So, Bremse, Bremse, ne rum Weißt du, es hat's auch schon gegeben Was? Es hat's auch schon gegeben, dass ich gegen dich gewonnen hab Ja, einmal Ja Aber diesmal gewinnst du nicht Das schwör ich dir Das schwör ich dir hundertprozentig Über einmal als keinmal Jetzt, äh, werde ich das Ding wrecken Ihr Siegerdreck, sag ich nur Ich war ein bisschen zu früh, Bremse Ei, 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 ist ja gut Weißt du, ich hab's die ganze Zeit aus Tschüss Explodier bitte aber noch, danke Mann, jetzt fahr ich hier auch noch kompletten Bullshit zusammen, ey Dafür wird er bei der Spirale, also bei dem hier besser Alter, wenn du's jetzt hast, ne Hast du dir ernsthaft? Ne, okay Nein, also Ne, sei ihm so auf der Karte aus, als ob du da hinten bist, irgendwo Ich seh dich da schön fliegen So, jetzt first try, hab ich gehört Mann Das hat mich so runtergehauen, das oben gegen Fahne Ach, Mann, ey, das wär zu geil gewesen Wenn es first try gewesen wäre Ach, klein Du kleine Nutte, du, ne Du kleine Fickfotze Ja, ich müsste es ja finden, dass du das schaffst Du hörst es, oder was? Ne Sehr gut Nein Ficken Ficken, 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 ficken Hast du mir gerade noch die Reifen zerschossen? Ne Habe ich nicht Weil, das sah gerade irgendwie so aus Ich habe nichts mehr gemacht Ach, fuck it Alter, dass ich da nicht explodiert bin, weißt du, wunder Ey, Junge Perfekt Sehr gut, sehr gut Dreh dich Ja, 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 ja Ich hab's Ich hab's nicht Ich hab's, nice Sag dich doch, ich zieh dich ab War doch klar, dass ich der Chavo Klein War doch sowas von klar, Mann Ach, Mann, ich dachte, das explodiert, ey Mach's halt so Perfekt Gleich macht's nochmal Rums und Rums Wie hat Tade gesagt bei dem Video bei, äh, oder wie hat er gesungen, ja, gesagt Mach das Drang Rum oder so, keine Ahnung Die Waffe, die er danach gemacht hat, so rum So, Klein Dankeschön, dass du dabei warst, Klein Klein ist unten in der Beschreibung verlinkt Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Dankeschön, dass du ein Like gegeben hast Falls du noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne hier tun Ich hab jetzt hier mal was eingeblendet Da könnt ihr gerne mal abonnieren Das ist mein Symbol, könnt ihr draufklicken Ähm, wir sehen uns dann, bis dann, ciao Ciao